So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead und ich habe das Spiel mal ein bisschen leiser gestellt, denn jetzt in der Aufnahmenpause kurz. Und wir schauen uns jetzt mal um in der letzten Folge. Boah, relativ viel passiert, auch relativ viele Cutscenes. Wir haben Clementine gerettet und der Typ hat einen Herzinfarkt bekommen, oder einen Herzanfall. Ein Herzinfarkt ist es ja nicht. Und wir müssen ihm seine Tabletten besorgen und dafür müssen wir irgendwie in die Apotheke. Sieht so, dass niemand eine Chance hat, etwas zu verabschieden, bevor das alles runterging. So, haben wir eine Schokoriegel. Was haben wir hier? Da haben wir sie, da haben wir... Gehen mal ein bisschen rum hier, gucken mal, ob wir irgendwas finden. Sieht aber gar nicht so aus, was ist das? Okay. Das ist ja Lees alte Heimat quasi, woher seine Eltern gelebt haben. Aber das weiß hier, glaube ich, noch keiner. So, da hinten ist nichts. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Mit euch können wir dann auch nochmal sprechen. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more... more of them. I mean, Jesus. Wir müssen zusammenhängen und durchführen das. Du bist hier? Ich arbeite bei Warner Robbins, der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Nah, einfach Mechanical, Admin stuff. Ich arbeite mit ein paar Shitheads und Bureaucrats all day. Sometimes a plane, wenn ich lucky bin. Du? Ich arbeite bei UTA. Was ist mit ihm? Er hat eine Herz-Karte. Er nimmt Tablets von Nitroglycerin, ziemlich regelmäßig. Ich habe ein paar Schmerz-Karte, die er nicht mehr überrascht und brauchte nach dem Krankenhaus. Ja, das ist nicht wirklich eine Option. Ich versuche ihn einfach zu halten. Was jemand hier, wenn ihr hier seid? Nein, das Ort war ziemlich rekt. Wir haben ein paar Böden aus dem Haus. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Did you know anybody here? Ja, die Karte. Sie waren, äh, wir waren nahe. Ich bin sorry. Wir haben einen älteren Böden aus dem Haus. Dad holt sie raus, in case sie nicht wirklich sterben. Er hat eine Temperatur. Ah, fuck you! Ja, er hat nicht gesagt. Es ist nur, dass... Ja? Never mind. Ich bin sicher, er ist ein guter Typ. Er ist. Er hat nur seine Probleme. Er hat nicht gesagt. Wo ist sie? Savannah, glaube ich. Oh. Du bist nicht zusammen. Oh, uh, nein, ich bin sie nicht. Ich habe sie in der Haus, wenn ich aus Atlanta rausgebekommen bin. Also sie scheint ja ganz in Ordnung zu sein, von ihm weiß ich nicht, was ich von ihm halten soll, aber sie ist relativ in Ordnung. Wollen wir ihr ein Schokoriege geben? Ich heiße es nicht. Es ist nicht so viel, aber hier. Du bist sicher? Ja, du bist ziemlich ein bisschen Stress. Danke, das ist wirklich süß. Es ist nicht so viel, aber es ist nicht so viel, aber wir können ja auch nochmal zurückgehen. Ich glaube, wir gehen auch nochmal zurück. Das war vielleicht gar nicht mal so schlau. Ich kann nicht. Ich kann nicht über sie denken, dass sie hier in Ordnung sind. Ich weiß nicht, gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Wir haben, glaube ich, noch nicht alles abgesucht da drin. Warte mal. Hier können wir dann auch nochmal was absuchen und auch nochmal mit denen sprechen. Hier haben wir noch einen Schokoriege. Das hier noch weiter. Was ist denn das da unten? Hey, das ist Glenn. Und, uh, ich bin kind of in a jam hier. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that Motor Inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the Motor Inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the Motor Inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know, as soon as you want to head out. I could use a jog. Hey there. Hi. Can I, uh, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. So, um... Are you okay? What? Uh, yeah. Yeah, I'm fine. I just, uh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Uh, being good is... good. Despite the circumstances. Yep. We'll sit tight. Okay. Jetzt haben wir ja gar keinen Schokorie gegeben. Können wir denn... Ach so. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here. Let me have a look. Hmm. Volume. Sorry. Okay. So, we're here. Tuning. Power. Okay. Okay. Ah. Auch nicht. Oder? Nothing. Nee. Wir haben ja die Materiedecke. Ah. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing? Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs too. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Hmm. Okay. This is dark. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? Huh. I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh. Not right now. All right. Let me know if you want to. Okay. Wir müssen ja aber eigentlich erstmal... Das ist Carly. Das ist Essensbox. Da gab es jetzt nichts. Aber wir haben hier... Ich glaube, ich habe hier vorne unten... Ah, genau. Da habe ich was gesehen. Einmal. Eine Batterie. Und wir brauchen noch eine zweite. Hier geht man zum Büro. Irgendwo... Irgendwo... Müsste ja noch eine sein. Was ist das da? Ah, hier ist noch eine. Genau. Da ist doch Lee. Glaube ich. Hm. Sprechen wir doch mal mit der Familie hier. Hey, Lee. Maybe punchin' him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. Little kiddin'. How's she doing? She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. What were you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so... We ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ich glaube... Sollen wir es ihnen sagen? They, uh, own this place. They, uh, pulled some bodies out of the office, but before we got here, they're, uh, gone. Oh, sweetie. Kat. They were good people. I wasn't around much, but, yeah, they're dead. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? It happened pretty fast. I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves, are we... We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happen. We didn't make a choice to kill John. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Try to let it go. Okay. Es ist natürlich eine schwere Stunde. Aber wir müssen noch erstmal eine Aufnahmepause machen. Kommt zwar jetzt kurz, indem ich merkwürdig so rein, aber es muss sein. Sorry, ich muss auch noch was anderes aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut auf der Seite, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.